Ihr Name steht für das Böse. Wo immer sie auftauchen, verbreiten sie Hass und Angst. Und ihr Held ist Adolf Hitler. Der Nationalsozialismus gedeiht prächtig in den USA. Wie mächtig sind Amerikas Neonazis wirklich? Zu uns gehören Richter, Polizisten und Militärs. Woher kommen sie? Es gab in Amerika vor dem Krieg viel Sympathie für die nationalsozialistische Idee. Wer sind ihre Mitglieder? Die meisten Neonazis sind unorganisiert und gerade die muss man im Auge behalten. Was ist ihr geheimer Plan? Sie haben alle Angst, dass die weiße Rasse langsam ausstirbt. Sie scheuen vor nichts zurück. Und wenn es dafür einen nächsten Holocaust braucht, sie würden es sofort machen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren? Was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Oak Creek, Wisconsin, 5. August 2012. Es ist 10 Uhr morgens. Ein Mann fährt auf den Parkplatz eines Sikh-Tempels. Dort fängt gerade der Sonntagsgottesdienst an. Er stieg aus einem Truck, lief zu zwei Priestern auf dem Parkplatz und feuerte auf sie. Dann ging er hinein und nahm den Tempel unter Beschuss. Die mehr als 20 Besucher des Tempels gehen in Deckung. Der Schütze durchkämmt das Gebäude systematisch Raum für Raum. Ein tödliches Versteckspiel. Kinder kamen herein und riefen, da schießt jemand. Ich sagte, los, lauft, lauft in die Speisekammer. Los, dort hinein. Wir waren 12 oder 13 Leute da drin. Der Schütze kam und fing an zu schießen. Wir haben die Tür zugezogen und uns hier versteckt. Der Gründer und Vorsteher des Tempels, Satvan Zinka Leka, flieht mit anderen in ein Hinterzimmer und ruft die Polizei. Mein Vater war in dem Zimmer in Sicherheit. Er wollte nur jemanden hineinlassen, obwohl andere dagegen waren. Durch die Geräusche wird der Schütze auf sie aufmerksam. Er trat die Tür ein und feuerte auf alle vier. Kalika wird tödlich verletzt, als er versucht, den Attentäter mit einem Buttermesser zu überwältigen. Als der Schütze das Gebäude verlässt, trifft er draußen auf Lieutenant Brian Murphy. Er schießt dem Polizeibeamten in den Hals und feuert weitere 14 Schüsse aus nächster Nähe auf ihn ab. Kurz darauf trifft Officer Sam Lander ein. Ich sah jemanden Richtung Westen laufen. Dann merkte ich, dass er bewaffnet war und um sich schoss. Ich drückte ab. Und er ging zu Boden. Der Schütze wird in den Oberkörper getroffen und setzt mit einem Kopfschuss seinem Leben selbst ein Ende. Außer dem Attentäter sterben sechs Menschen. Drei weitere sind schwer verletzt. Eine ganze Gemeinde ist traumatisiert. Aber was steckt hinter dem Blutband? Das Tattoo auf der Schulter des Tatverdächtigen könnte einen Hinweis geben. Die Zahl 14. Damit kann das FBI den Schützen identifizieren. Es ist Wade Michael Page, Verfechter der sogenannten White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Musiker in einer Neonazi-Rockband. Die Tätowierte 14 ist ein Erkennungszeichen für andere Rassisten. Es geht um 14 Wörter, die den ganzen weißen Rassenwahn auf den Punkt bringen. Adolf Hitler hat mit seinem Buch Mein Kampf ein politisches Manifest hinterlassen. In Anlehnung an Kapitel 8 entstand in der US-Neonazi-Szene ein Zitat aus diesen 14 Wörtern. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und auch die Zukunft unserer weißen Kinder sichern. Diese 14 Wörter wurden quasi der Leitspruch der White Supremacy in den USA. Mein Kampf? Adolf Hitler? Wie kann es sein, dass der Mann, der in den 1930er und 40er Jahren Millionen Menschen ermorden ließ, im 21. Jahrhundert noch verehrt wird? Neonazis sehen sich gerne als noble Kämpfer. Das gehört zu ihrem Weltbild. Sehr wahrscheinlich glaubte Wade Page, er wäre ein Märtyrer für die Bewegung. Ich glaube, in seinem Kopf lief Folgendes ab. Ich gehe da jetzt rein wie ein Berserker, niete Leute um und werde getötet. Dann komme ich nach Valhall und nach Asgard. Das ist die Halle, wo man mäht, trinkt, kämpft und stirbt. Und dann wird man am nächsten Tag wieder zum Leben erweckt und beginnt von vorn. Page war Soldat, bis er 1998 unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde. In den zehn Jahren darauf hatte er verschiedene Jobs, verbrachte aber immer mehr Zeit als Musiker in diversen Neonazi-Rockbands. Viele seiner rassistischen Ansichten hatte Page nach Aussagen von Bekannten aber schon während seiner Zeit als Soldat erworben. Page erzählte mir, dass er beim Militär erst richtig zum Nazi wurde. Er meinte, wenn man noch nicht als Rassist zur Armee kommt, ist man sicher einer, wenn man wieder geht. Wade Page diente 1995 und 96 in Fort Bragg. Genau zu der Zeit tummelten sich dort jede Menge Neonazis. Als drei von ihnen ein schwarzes Paar ermordeten, gab es einen Riesenskandal. Die Stuben hingen damals voll mit Nazi-Flaggen und diese Typen reichten Neonazi-Literatur herum. Was macht das US-Militär für Neonazis so interessant? Ich bin zu den US-Marines gegangen, weil ich sie für die Besten hielt. Ich wollte ihre Kampftechniken lernen und damit Leute ausbilden, wenn wir in den Krieg gegen Washington ziehen. Wir wollten die Regierung der USA mit militärischer Taktik vernichten. Ich hatte Skinhead hinten auf die Arme tätowiert und fünf Zentimeter lange SS-Runen am Hals. Ich machte den Hitlergruß und an meinem Spind hing eine Hakenkreuzfahne. Ich habe sie im Biergarten gehisst und dort ganz offen mit anderen Skinheads und Neonazis getrunken. Die Armee wusste also Bescheid. Ist das Gebot, ein politisch korrektes Bild abzugeben, der Grund dafür, dass sich das US-Militär auf dem rechten Auge blind zeigt? Der braune Sumpf ist jedenfalls weitreichend. In den USA sind fast 200 Neonazi-Gruppen aktiv. In einem losen Netzwerk sind sie mit zahlreichen anderen rassistischen Hassgruppen verbunden, wie etwa den berüchtigten White Power oder Aryan Power Bewegungen. Sie alle haben sich den Kampf für die Vorherrschaft der weißen Rasse auf die Fahnen geschrieben. Anhänger der White Power Bewegung und Neonazis sind sowohl Verbündete als auch Gegner. Es gibt innerhalb der Bewegung ein starkes Gefühl der Verbundenheit, denn sie sind alle aus demselben Grund dabei, weil sie Angst haben, dass die weiße Rasse ausstirbt und sie etwas dagegen tun wollen. Hass ist etwas, das man fast schmecken kann. Es ist gefährlich, sich von Hass leiten zu lassen. Hitler hasste die Juden und wollte sie vernichten. Er hat es geschafft, fast ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung umzubringen. Die meisten Neonazis sind unorganisiert. Gerade die muss man im Auge behalten. Nach der Taktik des führerlosen Widerstands wird eine Gruppe ab einer bestimmten Größe in kleinere Zellen aufgeteilt. Es heißt ja, drei können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Lass die Zellen also klein, dann behältst du die Kontrolle. Obwohl viele amerikanische Nazis aktenkundig sind und die US-Regierung sie beobachtet, sind ihre rassistischen Ansichten und Rekrutierungsmaßnahmen nicht rechtswidrig. Aber wie und wann hat sich die Nazi-Ideologie in den USA etabliert? Und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Mordanschlag wie den in Wisconsin vorbereitet? 1931. Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten kommen an die Macht. Nur wenige ahnen, welcher Horror bevorsteht. Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor dem Bankrott. Hohe Arbeitslosigkeit und die galoppierende Inflation der 20er Jahre ließen viele Menschen verzweifeln. Hitler machte die Juden für das Elend der Deutschen verantwortlich. Aber die Welt verschloss vor seinen Hassreden Augen und Ohren. Der Nationalsozialismus, der Deutschland in den 20er Jahren erfasste, beschränkte sich nicht auf Europa. Auch in den so freiheitsliebenden Vereinigten Staaten waren Menschen von der Nazi-Ideologie fasziniert. Einer von ihnen war der Hollywood-Drehbuchautor und Esoteriker William Dudley Pelley. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm sich Pelley ein Beispiel. Er beschloss selbst eine Art Führer der amerikanischen Nationalsozialisten zu werden. Hitlers arisch orientierte Staatsphilosophie und sein fanatischer Antikommunismus beeindruckten Pelley. Er gründete die sogenannte Silver Legion und orientierte sich dabei an den braunen Hemden der Nazis. Pelley ließ seine Mitglieder in paramilitärischer Kleidung und bewaffnet auflaufen. Die Silver Shirts hatten rund 15.000 Mitglieder. Das ist nicht wenig. Die US-Regierung hatte Angst, dass diese 15.000 Mitglieder im Zweiten Weltkrieg als subversive Kraft wirken könnten, wie eine Art fünfte Kolonne. Pelley wurde wegen Volksverhetzung angeklagt und verbüßte ab 1942 eine Haftstrafe. Aber Pelley war nicht der Einzige, der die Nazi-Bewegung in Amerika vorantreiben wollte. 1936 wurde der Amerika-Deutsche Bund ins Leben gerufen. Unter Leitung des in Deutschland geborenen Amerikaners Fritz Kuhn wollte der Bund die Interessen amerikanischer und deutscher Nazis in einer Ideologie vereinen. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Im New Yorker Madison Square Garden versammelten sich im Februar 1939 20.000 Nationalsozialisten, um Fritz Kuhn-Reden zu hören. Kuhn erhob sich und bediente sich frei aus Hitlers politischen Reden. Die amerikanische Bündnis ist eine amerikanische Organisation. Wir werden uns gebeten für unsere Rechte. Wir haben uns gebeten für unsere Rechte, um eine amerikanische Regierung zu sein. Während des Krieges tauchten die amerikanischen Nazis unter. Sie fürchteten Repressalien und Verfolgung. Aber nach Hitlers Niederlage 1945 richtete sich der Blick der USA ohnehin bald auf einen ganz anderen Gegner, ihren ehemaligen Bündnispartner, die Sowjetunion. Die amerikanischen Politiker glaubten wirklich, dass es zum Kampf gegen die Russen kommen würde. Und der Geheimdienst hatte keine Informationen über Russland. Der Kalte Krieg spitzte sich zu. Und es ging weniger um die Täter des letzten Krieges. Man wollte vielmehr deutsche Geheimdienstmitarbeiter mit Zugang zu politischen und militärischen Plänen anwerben. Dabei interessierte die Ideologie dieser Leute nicht besonders. Es gab einen regelrechten Wetschtheit zwischen den Sowjets und den Amerikanern. Wer bekommt mehr Informationen über deutsche Wehrtechnik? Das Ergebnis war die sogenannte Operation Paperclip, durch die einige überzeugte Nazis in die USA kamen. Weil sie von Nazi-Technologie Ahnung hatten. Viele Deutsche wollten einfach nur ihre Haut retten. Und wären sie für ihre Taten im Zweiten Weltkrieg vor Gericht gekommen, hätte man sie als Kriegsverbrecher eingestuft. Präsident Truman ordnete an, dass keine ehemaligen Nazis rekrutiert werden durften, die zu tief in die nationalsozialistische Idee verstrickt gewesen waren. Aber die Regierung umging das einfach, indem für einige der schlimmsten Täter neue Identitäten erfunden wurden. Die bekanntesten sind Arthur Rudolph und Wernher von Braun, die später zu einer beispiellosen Entwicklung in der Militärtechnologie beitrugen. Werner von Braun war technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Und dort für die Entwicklung der V2-Rakete verantwortlich, die London in Schutt und Asche legen sollte. Aber nach dem Krieg warb ihn die US-Regierung an, um die Technologie für einen neuen Einsatzbereich weiterzuentwickeln. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing-Rakete und an Saturn V beteiligt. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi-Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten, um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der USA müsste im Kapitel über Nazis stehen, dass die US-Regierung sie mit offenen Armen empfangen hat und dass Washington zudem vertuscht hat, wie wir Nazis aufgenommen haben. Die geheime Einschleusung deutscher Wissenschaftler in die USA wurde Anfang der 80er von Sonderermittlern des Justizministeriums untersucht, auch von John Loftus. Er erklärte 1982 im US-Fernsehen, dass der Geheimdienst nicht nur Kriegsverbrecher ins Land geschleust hatte, sondern das Justizministerium sie auch vor einer strafrechtlichen Verfolgung beschützte. Mein offizieller Auftrag war es, Nazis zu finden, die sich in Amerika versteckt hatten. Aber es gab noch einen inoffiziellen Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Kriegsverbrecher gedeckt hatte. Laut Geheimdienstakten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftus zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vize-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienstkreisen suspekt. Der Kongress forderte das Justizministerium auf, das Richtige zu tun, aber das Ministerium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungsaktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informant, als Whistleblower vor dem Kongress ausgesagt. Hat Operation Paperclip tatsächlich den Boden für rechtsextreme Gruppen in den USA bereitet? Oder war das Feld nicht ohnehin schon bestellt? Sie frei! Sie frei! Sie frei! In den 50er Jahren boomte Amerikas Wirtschaft. Man zog in den Speckgürtel, kaufte Fernsehgeräte und Kombiwagen. Amerika war auf der Überholspur und der Zweite Weltkrieg blinkte bestenfalls noch im Rückspiegel. Die Bürger strotzten vor Zuversicht und hofften, dass der amerikanische Traum bald auch für jene Wirklichkeit werden könnte, die bislang ausgegrenzt worden waren. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Minderheiten wurde lauter. Aber nicht alle begrüßten eine sozial fortschrittlichere Haltung. So mancher fühlte sich von der Idee der Gleichheit zutiefst bedroht. Und es gab Menschen, die sich wieder der Nazi-Rassenhygiene zuwandten. Sie vertraten die Ansicht, dass Weiße zur Herrschaft geboren seien und Nicht-Weiße sich zu unterwerfen hätten. So niederträchtig und hasserfüllt es auch klingt, aber es gab genug Menschen in den Vereinigten Staaten, die an die Rassenpolitik der Nazis glaubten. Zum Beispiel George Lincoln Rockwell. Der ehemalige Marineoffizier glaubte, die USA hätten im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite gekämpft. Er vertrat den Standpunkt, Rassenintegration und Kommunismus gingen Hand in Hand und beides werde von Juden propagiert. Im März 1959 gründete Rockwell die World Union of Free Enterprise National Socialists, noch im selben Jahr umbenannt in American Nazi Party. Rockwell marschierte mit seiner uniformierten Sturmtruppe, wie er sie nannte, die Washington Mall, auf und ab. Er war vehement für die nationalsozialistische Idee. Seiner Ansicht nach war sie immer noch ausbaufähig. Und das, obwohl Millionen Amerikaner nur wenige Jahre zuvor den Nationalsozialismus bekämpft hatten. Rockwell startete einen öffentlichen Kreuzzug. Sein Ziel, Amerika von allen Nicht-Weißen zu säubern. Am 25. August 1967 wurde er in Arlington auf offener Straße erschossen von einem ehemaligen Anhänger. Aber spornte sein Tod nicht erst recht andere Rassisten an, ihm in seinem Wahn nachzueifern? In der White Power Bewegung gibt es seit Gründung der American Nazi Party diverse Ableger. Das National Socialist Movement, die National Alliance, die White Aryan Resistance und Neonazi Skinheads. Sie sind alle aus demselben Holz geschnitzt, angetrieben vom Ziel eines rein weißen Amerikas. Die National Alliance wurde 1974 von William Luther Pierce gegründet. Einst ein treuer Gefährte Rockwells. William Pierce lehrte eine Zeit lang an der Oregon State University und verließ dann die Hochschule, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen, der Verbreitung von Neonazi-Propaganda. Pierce verfasste einen Roman, der vielen Rassisten und Neonazis als Inspirationsquelle dient. Ein geistiger Brandsatz, der bis heute zu Gewalt und Mord anstiftet. Die Turner-Tagebücher. Oklahoma City, 19. April 1995. Vor dem Mara Federal Building explodiert um 9.02 Uhr eine selbstgebaute Bombe, versteckt in einem Miettransporter. 168 Menschen sterben, darunter 19 Kinder. Mehr als 800 Menschen werden schwer verletzt. Nur wenige Stunden später nimmt die Polizei den 26-jährigen Timothy McRae wegen eines anderen Deliktes fest. In seinem Fahrzeug werden kopierte Seiten aus den Turner-Tagebüchern gefunden. Die Turner-Tagebücher gelten als die Bibel der Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten. Die Turner-Tagebücher blicken aus der fernen Zukunft zurück auf eine Zeit, als die weiße Rasse in Amerika von einigen Personen durch Selbstjustiz gerettet wird. In Anlehnung an Hitlers Mein Kampf ist es eine Botschaft, die besagt, Weiße müssen die Zukunft der Nation ohne Rücksicht verteidigen. Im Buch wird ein Regierungsgebäude in die Luft gejagt. Ich glaube, McVeys Bombe sollte zum selben Zeitpunkt wie im Buch hochgehen. Oklahoma gilt dabei als erster Schlag, so wie die ersten Gefechte im Unabhängigkeitskrieg Weltgeschichte schrieben. Obwohl er offenbar kein Mitglied von William Pierce's National Alliance war, sympathisierte McVeigh mit deren regierungsfeindlicher Hasspropaganda. Er teilte also durchaus einige der Ansichten der Neonazi-Bewegung. Das Buch schwirrt immer noch herum und es wird weiter gelesen. Vielleicht gibt es genau in diesem Augenblick einen nächsten Timothy McVeigh in der Armee, der gerade gelernt hat, wie man Bomben baut. Und alles wegen Pierce. Geht die US-Regierung mit aller Kraft gegen Rechtsterroristen im eigenen Land vor? Oder ist es gerade der Anti-Terror-Kampf, der den Zorn von weiteren Außenseitern wie Timothy McVeigh schürt? Ich mache mir Sorgen um Amerika. Denn irgendwann wird jemand kommen und sagen, wisst ihr was, mir doch egal. Und dieser jemand lässt es dann krachen. Diese Leute haben das Know-how. Sie haben die Möglichkeiten und das Material, um so etwas zu tun. Aber wie behält die Regierung amerikanische Nazis im Auge? Und welche geheimen Methoden wenden die Rechtsextremisten an, um Mitglieder anzuwerben und zu schulen? Der Weg in den Braunen-Sumpf beginnt oft mit Musik. Auf Geheimkonzerten feiern überwiegend junge Männer und Frauen eine Heavy-Metal-Spielart namens Hate Rock. Der Name ist Programm. Die politisch motivierte Musik soll Rassismus und Hass schüren. Die Botschaft lautet Gewalt. Für Neonazis ist dieser Rechtsrock ein wichtiges Rekrutierungsinstrument. Man kann nicht einfach ein Ticket kaufen. Man muss von Anführern eingeladen und akzeptiert werden. Da kann nicht jeder hin. Für die Neonazi-Gruppe National Socialist Movement ist die Musik als Propaganda-Instrument so wichtig und auch so lukrativ geworden, dass sie ihr eigenes Label gegründet hat, NSM 88. Das NSM ist eine weiße Bürgerrechtsorganisation. Wir führen die Bewegung von George Lincoln Rockwell und der ursprünglichen American Nazi Party fort. Durch die Musik erreichen wir die jungen Menschen im Land und durch die politische Botschaft öffnen wir einer ganz neuen Generation Augen und Ohren. Man kann offensichtlich ein Black Power Shirt tragen oder ein Black Pride, Mexican Pride oder Brown Pride Shirt. Das alles ist okay in den USA. Aber sobald man White Pride sagt, ist man gleich ein Rassist oder Fanatiker. Wir wollen für unsere Sache eine breite Mehrheit erreichen und Weißen eine Stimme geben. Ich bin entsetzt, was es für feindselige und brutale Menschen gibt, die auch noch einfach frei rumlaufen dürfen. Sie wollen in Amerika eine Regierung von Weißen und für Weiße sehen. Und sie wollen unsere demokratischen Institutionen unterwandern und die Bürgerrechte, die wir alle genießen, abschaffen. Und ironischerweise schützen genau diese Bürgerrechte die Neonazis selbst. Denn durch die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit können sie ihre rassistische Hetze verbreiten. Regierung und Justizbehörden ist bewusst, welche Gefahr von rechts droht. Der verdeckte Ermittler David Glatty hat sich vier Jahre lang in Kreisen des NSM und anderen radikalen White Power Gruppen bewegt. Sein Ziel, dem FBI Informationen über mögliche kriminelle Aktivitäten der Bewegung zu liefern. Es hat Jahre gedauert. Ich bin auf jede Dorf-Proll-Party gegangen, jede kleine Nazi-Kundgebung, im ganzen Land, um Leute kennenzulernen. Ich war echt baff, wie hasserfüllt sie tatsächlich waren. Wie sehr sie alle anderen nicht-weißen Menschen hassten. Glatty täuschte Sympathie für die Ansichten der Organisation vor und wurde zum Insider. Er schafft es, sich mit dem NSM-Chef Jeff Scoop anzufreunden. Ich hasse, was meine Feinde meinem Land angetan haben. Ich hasse, was das zionistisch beherrschte Regime meinem Land angetan hat. Bei jedem Treffen schüttelte er mir die Hand und sagte, Mann, David, du bist einer unserer großen Hoffnungen. Und ich wurde einer ihrer Medienleute. So konnte ich bei allen Kundgebungen und Partys dabei sein und fotografieren. Und sie ahnten nichts, dass diese Fotos im Gesichtserkennungsprogramm des FBI landen würden. David Glatty ist ein Verräter. Und alles, was er zu sagen hat, ist unglaubwürdig. Ich glaube, er hat sich in diese Organisation eingeschlichen, um sich zu bereichern, um mit einem Buch Geld zu machen. Wenn es stimmt, dass David Glatty von der Regierung bezahlt wurde, ist das eine Verschwendung von Steuergeldern. Vergeudete Zeit. Einfach lachhaft. Manchmal geht es in einen anderen Bundesstaat. Dann sitzt man da mit sechs Schlägertypen im Auto und hört sich all die Hass-Tiraden an. Dass junge Mädchen vergewaltigt wurden und wen sie umgebracht hatten. Vor allem trinken sie gern, prügeln sich, nehmen Drogen, ziehen durch ein paar Kneipen und schlagen dann einen Schwarzen zusammen, weil er mit einer Weißen unterwegs ist. Das nimmt einen ganz schön mit. Einige Sachen, die ich miterlebt habe, Morde, Vergewaltigungen und Raubüberfälle, gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Als Insider konnte Glatty die verschiedenen Taktiken der Gruppe studieren. Zum Beispiel hielt das NSM rassistische Hetzreden gerne in gemischten Wohnvierteln, um so Gewalt zu provozieren. Toledo, Ohio, 15. Oktober 2005. Ein Aufmarsch von Neonazis in Norden der Stadt schlägt in Gewalt rum. Sie haben die Leute so angeheizt, dass sie ihr eigenes Viertel zerstört haben. Das ist eines der Ziele der Nazis. Sie wollen der Öffentlichkeit zeigen, nicht wir sind die Bösen. Schaut, wer seine eigenen Häuser ansteckt und Polizeiautos umkippt. Die sind's, nicht wir. Dank David Glatty's Informationen konnte das FBI die Organisation gut im Auge behalten. Aber das NSM scheint davon ziemlich ungerührt. Seine Taktik wird immer aggressiver. Wir stehen an der Front. Wir reden nicht nur über die Probleme und veranstalten Konzerte. Wir gehen auf die Straße. Die Geschichte hat gezeigt, der Weg zum Sieg führt über die Straße. Aber wie groß sind das NSM und andere Hassgruppen wirklich? Und fallen ihre Botschaften auf fruchtbaren Boden? Das NSM wächst und wird jedes Jahr mächtiger. Wir brauchen in diesem Land einen radikalen Wandel. Und das National Socialist Movement ist dieser Wandel. Markige Worte. Aber muss man amerikanische Nazis tatsächlich fürchten? Hass lebt von der Angst der Menschen. Arbeitslosigkeit und Zuwanderung steigen. Lebensmittel und Kraftstoff werden immer teurer. Der Regierungsapparat wächst und mischt sich in einfach alles ein. Von Energie über das Gesundheitswesen bis zum Waffenbesitz. All das sind Argumente, die Amerikas Nazis gern ins Feld führen. Aus ihrer Sicht sind es die besten Voraussetzungen, um neue Mitglieder zu werben. Ihr Hass ist ziemlich flexibel. Sie hängen immer ihr Fähnchen nach dem Wind und nutzen alle Propagandamittel. Die Nazi-Gruppen finden immer neue Angriffsziele. Juden und den internationalen Zionismus verlieren sie nie aus den Augen. Aber in den 50ern ging es mehr um die Kommunisten. In den 60ern um die Schwarzen. Heute sind es die Einwanderer. Sie fürchten Arbeitslosigkeit. Sie fürchten Veränderung. Sie fürchten, dass andere Menschen ins Land kommen und sie verdrängen. Die US-Regierung hat es nicht geschafft, der Welle von illegalen Einwanderern in dieses Land Herr zu werden. Deswegen hat sich das National Socialist Movement so sehr beim Grenzschutz im Südwesten engagiert. Die Anhänger der White Supremacy-Bewegung betrachten sich als Minderheit, auch ökonomisch. Und sie glauben, dass sie den Kampf langsam verlieren. Ihrer Ansicht nach sind nur zwei Prozent der Weltbevölkerung weiß. Und sie denken, es sei nun an der Zeit, hart durchzugreifen, bevor keine Weißen mehr übrig sind. Sie suchen nach einem Sündenbock. Sind es nicht die Einwanderer, sind es die Frauen oder Katholiken. Und wenn die es nicht sind, kommt der Nächste auf die Liste. Nur nicht sie selbst. Nach fast zwei Jahrzehnten in der White-Power-Bewegung erkannte T.J. Leiden, ein selbsternannter Neo-Nazi-Straßenkämpfer, das Hass nur immer weiter Hass erzeugt. Mal ehrlich, wenn es nur noch Weiße auf der Welt gibt, wen hassen wir dann? Dieser Hass verschwindet nicht einfach, er wird sich nur verlagern. Ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Es ist eine Lüge. Und dann bin ich gegangen und habe Straight Talk Consulting ins Leben gerufen. Das ist eine Organisation, die Hass, Fanatismus und Rassismus bekämpft. Ich arbeite mit dem Militär zusammen, den Strafverfolgungsbehörden, Hochschulen und Highschools im Versuch, den Hass zu bekämpfen. Aber kann ein Einzelner wirklich etwas bewegen? Wie viele Amerikaner kehren den Neo-Nazis den Rücken? Und wie viele neue Mitglieder werden angeworben? Das NSM verbreitet unsere Botschaft sehr eifrig. Wir sind auf der Straße aktiv bei Protesten. Wir bewerben uns auch um politische Ämter. Und wir sind online mit einem sozialen Netzwerk namens New Saxon. So etwas wie MySpace oder Facebook. Die Bewegung wächst schnell und die moderne Technik hilft ihr dabei. Es gibt Chatrooms und sie sind in allen sozialen Netzwerken. Sie können Musik für weiße Rassisten bei iTunes runterladen. So schnell geht das. Das ist, wie schnell es ist. Amerikas Nazis. Manche sind leicht an ihren Uniformen, Hakenkreuzen und Skinhead-Szene-Tattoos zu erkennen. Manche sind aber auch unauffällig, wie der Typ von nebenan. Die rechtsextreme Szene in den USA ist zersplittert und von Machtgerangel geprägt. Unterschätzen sollte man sie aber nicht. Sie sehen aus wie du und ich. Es könnte jeder sein. Meine Mutter hätte nie gedacht, dass ihr Sohn einer sein könnte. Dem Klischee nach ist ein typischer Neonazi ungebildet und hat Probleme, den eigenen Vornamen zu buchstabieren. Aber sie haben ein viel größeres Rekrutierungspotenzial, als die meisten Leute glauben. Ihre Zuschauer wären sicher überrascht zu hören, dass Richter, Polizisten und Militärs zu uns gehören. Eines Tages werden wir uns erheben und bis zum Äußersten kämpfen. Wie wahrscheinlich ist ein weiterer Neonazi-Anschlag in den USA wie der in Oak Creek, Wisconsin? War das ein willkürlicher Gewaltakt eines Einzeltäters, wie es die Behörden vermuten? Oder war es eine weitere Bluttat auf einer langen Liste rassistischer Gräueltaten? Eine Liste, die fortgeschrieben wird? Die White Power Bewegung hat aktuell Zulauf. Aber noch agieren sie im Untergrund und warten auf den richtigen Augenblick. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir hier bald eine Terrorwelle von innen heraus erleben. Die Zukunft der American Nazi Party? Mehr Gewalt, mehr Terrorismus. Sie werden sich nicht zufrieden geben, bis die Welt ganz und gar weiß ist. Und sie werden keine Mittel und Wege scheuen. Wenn es dafür einen zweiten Holocaust braucht, würden sie es tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Amerikas Nazis. Sie sind der erschreckende Beweis, dass Adolf Hitlers Rassenwahn immer noch existiert. Aber wird es seinen Anhängern tatsächlich gelingen, Institutionen zu unterwandern, die Regierung und das tägliche Leben? Oder ist das bereits geschehen? Die Antwort könnte davon abhängen, wie gut und genau wir hinsehen. Auch in Zukunft. Ihr Name steht für das Böse. Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Wo immer sie auftauchen, verbreiten sie Hass und Angst. Ihr Held ist Adolf Hitler. Der Nationalsozialismus gedeiht prächtig in den USA. Wie mächtig sind Amerikas Neonazis wirklich? Zu uns gehören Richter, Polizisten und Militärs. Woher kommen sie? Es gab in Amerika vor dem Krieg viel Sympathie für die nationalsozialistische Idee. Wer sind ihre Mitglieder? Die meisten Neonazis sind unorganisiert und gerade die muss man im Auge behalten. Was ist ihr geheimer Plan? Sie haben alle Angst, dass die weiße Rasse langsam ausstirbt. Sie scheuen vor nichts zurück und wenn es dafür einen nächsten Holocaust braucht, sie würden es sofort machen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren? Was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Oak Creek, Wisconsin, 5. August 2012. Es ist 10 Uhr morgens. Ein Mann fährt auf den Parkplatz eines Sieg-Tempels. Dort fängt gerade der Sonntagsgottesdienst an. Er stieg aus einem Truck, lief zu zwei Priestern auf dem Parkplatz und feuerte auf sie. Dann ging er hinein und nahm den Tempel unter Beschuss. Die mehr als 20 Besucher des Tempels gehen in Deckung. Der Schütze durchkämmt das Gebäude systematisch Raum für Raum. Ein tödliches Versteckspiel. Kinder kamen herein und riefen, da schießt jemand. Ich sagte, los, lauft, lauft in die Speisekammer. Los, dort hinein. Wir waren 12 oder 13 Leute da drin. Der Schütze kam und fing an zu schießen. Wir haben die Tür zugezogen und uns hier versteckt. Der Gründer und Vorsteher des Tempels, Satvan Zinkaleka, flieht mit anderen in ein Hinterzimmer und ruft die Polizei. Mein Vater war in dem Zimmer in Sicherheit. Er wollte nur jemanden hineinlassen, obwohl andere dagegen waren. Durch die Geräusche wird der Schütze auf sie aufmerksam. Er trat die Tür ein und feuerte auf alle vier. Kaleka wird tödlich verletzt, als er versucht, den Attentäter mit einem Buttermesser zu überwältigen. Als der Schütze das Gebäude verlässt, trifft er draußen auf Lieutenant Brian Murphy. Er schießt dem Polizeibeamten in den Hals und feuert weitere 14 Schüsse aus nächster Nähe auf ihn ab. Kurz darauf trifft Officer Sam Lander ein. Ich sah jemanden Richtung Westen laufen. Dann merkte ich, dass er bewaffnet war und um sich schoss. Ich drückte ab. Und er ging zu Boden. Der Schütze wird in den Oberkörper getroffen und setzt mit einem Kopfschuss seinem Leben selbst ein Ende. Außer dem Attentäter sterben sechs Menschen. Drei weitere sind schwer verletzt. Eine ganze Gemeinde ist traumatisiert. Aber was steckt hinter dem Blutband? Das Tattoo auf der Schulter des Tatverdächtigen könnte einen Hinweis geben. Die Zahl 14. Damit kann das FBI den Schützen identifizieren. Es ist Wade Michael Page, Verfechter der sogenannten White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Musiker in einer Neonazi-Rockband. Die Tätowierte 14 ist ein Erkennungszeichen für andere Rassisten. Es geht um 14 Wörter, die den ganzen weißen Rassenwahn auf den Punkt bringen. Adolf Hitler hat mit seinem Buch Mein Kampf ein politisches Manifest hinterlassen. In Anlehnung an Kapitel 8 entstand in der US-Neonazi-Szene ein Zitat aus diesen 14 Wörtern. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und auch die Zukunft unserer weißen Kinder sichern. Diese 14 Wörter wurden quasi der Leitspruch der White Supremacy in den USA. Mein Kampf? Adolf Hitler? Wie kann es sein, dass der Mann, der in den 1930er und 40er Jahren Millionen Menschen ermorden ließ, im 21. Jahrhundert noch verehrt wird? Neonazis sehen sich gerne als noble Kämpfer. Das gehört zu ihrem Weltbild. Sehr wahrscheinlich glaubte Wade Page, er wäre ein Märtyrer für die Bewegung. Ich glaube, in seinem Kopf lief Folgendes ab. Ich gehe da jetzt rein wie ein Berserker, niete Leute um und werde getötet. Dann komme ich nach Valhall und nach Asgard. Das ist die Halle, wo man mäht, trinkt, kämpft und stirbt. Und dann wird man am nächsten Tag wieder zum Leben erweckt und beginnt von vorn. Page war Soldat, bis er 1998 unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde. Regierung von Weißen und für Weiße sehen. Und sie wollen unsere demokratischen Institutionen unterwandern und die Bürgerrechte, die wir alle genießen, abschaffen. Und ironischerweise schützen genau diese Bürgerrechte die Neonazis selbst. Denn durch die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit können sie ihre rassistische Hetze verbreiten. Regierung und Justizbehörden ist bewusst, welche Gefahr von rechts droht. Der verdeckte Ermittler David Glatty hat sich vier Jahre lang in Kreisen des NSM und anderen radikalen White Power Gruppen bewegt. Sein Ziel, dem FBI Informationen über mögliche kriminelle Aktivitäten der Bewegung zu liefern. Es hat Jahre gedauert. Ich bin auf jede Dorf-Proll-Party gegangen, jede kleine Nazi-Kundgebung, im ganzen Land, um Leute kennenzulernen. Ich war echt baff, wie hasserfüllt sie tatsächlich waren. Wie sehr sie alle anderen nicht-weißen Menschen hassten. Gletty täuschte Sympathie für die Ansichten der Organisation vor und wurde zum Insider. Er schaffte es, sich mit dem NSM-Chef Jeff Scoop anzufreunden. Ich hasse, was meine Feinde meinem Land angetan haben. Ich hasse, was das zionistisch beherrschte Regime meinem Land angetan hat. Bei jedem Treffen schüttelte er mir die Hand und sagte, Mann David, du bist einer unserer großen Hoffnungen. Und ich wurde einer ihrer Medienleute. So konnte ich bei allen Kundgebungen und Partys dabei sein und fotografieren. Und sie ahnten nichts, dass diese Fotos im Gesichtserkennungsprogramm des FBI landen würden. David Gletty ist ein Verräter. Und alles, was er zu sagen hat, ist unglaubwürdig. Ich glaube, er hat sich in diese Organisation eingeschlichen, um sich zu bereichern, um mit einem Buch Geld zu machen. Wenn es stimmt, dass David Gletty von der Regierung bezahlt wurde, ist das eine Verschwendung von Steuergeldern. Vergeudete Zeit. Einfach lachhaft. Manchmal geht es in einen anderen Bundesstaat. Dann sitzt man da mit sechs Schlägertypen im Auto und hört sich all die Hasstiraden an. Dass junge Mädchen vergewaltigt wurden und wen sie umgebracht hatten. Vor allem trinken sie gern, prügeln sich, nehmen Drogen, ziehen durch ein paar Kneipen und schlagen dann einen Schwarzen zusammen, weil er mit einer Weißen unterwegs ist. Das nimmt einen ganz schön mit. Einige Sachen, die ich miterlebt habe, Morde, Vergewaltigungen und Raubüberfälle, gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Als Insider konnte Gletty die verschiedenen Taktiken der Gruppe studieren. Zum Beispiel hielt das NSM rassistische Hetzreden gerne in gemischten Wohnvierteln, um so Gewalt zu provozieren. Toledo, Ohio, 15. Oktober 2005. Ein Aufmarsch von Neonazis im Norden der Stadt schlägt in Gewalt um. Sie haben die Leute so angeheizt, dass sie ihr eigenes Viertel zerstört haben. Das ist eines der Ziele der Nazis. Sie wollen der Öffentlichkeit zeigen, nicht wir sind die Bösen. Schaut, wer seine eigenen Häuser ansteckt und Polizeiautos umkippt. Die sind's, nicht wir. Dank David Gletty's Informationen konnte das FBI die Organisation gut im Auge behalten. Aber das NSM scheint davon ziemlich ungerührt. Seine Taktik wird immer aggressiver. Wir stehen an der Front. Wir reden nicht nur über die Probleme und veranstalten Konzerte. Wir gehen auf die Straße. Die Geschichte hat gezeigt, der Weg zum Sieg führt über die Straße. Aber wie groß sind das NSM und andere Hassgruppen wirklich? Und fallen ihre Botschaften auf fruchtbaren Boden? Das NSM wächst und wird jedes Jahr mächtiger. Wir brauchen in diesem Land einen radikalen Wandel und das National Socialist Movement ist dieser Wandel. Markige Worte. Aber muss man amerikanische Nazis tatsächlich fürchten? Hass lebt von der Angst der Menschen. Arbeitslosigkeit und Zuwanderung steigen. Lebensmittel und Kraftstoff werden immer teurer. Der Regierungsapparat wächst und mischt sich in einfach alles ein. Von Energie über das Gesundheitswesen bis zum Waffenbesitz. All das sind Argumente, die Amerikas Nazis gern ins Feld führen. Aus ihrer Sicht sind es die besten Voraussetzungen, um neue Mitglieder zu werben. Ihr Hass ist ziemlich flexibel. Sie hängen immer ihr Fähnchen nach dem Wind und nutzen alle Propagandamittel. Die Nazi-Gruppen finden immer neue Angriffsziele. Juden und den internationalen Zionismus verlieren sie nie aus den Augen. Aber in den 50ern ging es mehr um die Kommunisten, in den 60ern um die Schwarzen. Heute sind es die Einwanderer. Sie fürchten Arbeitslosigkeit. Sie fürchten Veränderung. Sie fürchten, dass andere Menschen ins Land kommen und sie verdrängen. Die US-Regierung hat es nicht geschafft, der Welle von illegalen Einwanderern in dieses Land Herr zu werden. Deswegen hat sich das National Socialist Movement so sehr beim Grenzschutz im Südwesten engagiert. Die Anhänger der White Supremacy-Bewegung betrachten sich als Minderheit, auch ökonomisch. Und sie glauben, dass sie den Kampf langsam verlieren. Ihrer Ansicht nach sind nur zwei Prozent der Weltbevölkerung weiß. Und sie denken, es sei nun an der Zeit hart durch die Idee. Seiner Ansicht nach war sie immer noch ausbaufähig. Und das, obwohl Millionen Amerikaner nur wenige Jahre zuvor den Nationalsozialismus bekämpft hatten. Rockwell startete einen öffentlichen Kreuzzug. Sein Ziel, Amerika von allen Nicht-Weißen zu säubern. Am 25. August 1967 wurde er in Arlington auf offener Straße erschossen. Von einem ehemaligen Anhänger. Aber spornte sein Tod nicht erst recht andere Rassisten an, ihm in seinem Wahn nachzueifern? In der White Power-Bewegung gibt es seit Gründung der American Nazi Party diverse Ableger. Das National Socialist Movement, die National Alliance, die White Aryan Resistance und Neonazi Skinheads. Sie sind alle aus demselben Holz geschnitzt, angetrieben vom Ziel eines rein weißen Amerikas. Die National Alliance wurde 1974 von William Luther Pierce gegründet. Einst ein treuer Gefährte Rockwells. William Pierce lehrte eine Zeit lang an der Oregon State University und verließ dann die Hochschule, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen, der Verbreitung von Neonazi-Propaganda. Pierce verfasste einen Roman, der vielen Rassisten und Neonazis als Inspirationsquelle dient. Ein geistiger Brandsatz, der bis heute zu Gewalt und Mord anstiftet. Die Turner-Tagebücher. Oklahoma City, 19. April 1995. Vor dem Mara Federal Building explodiert um 9.02 Uhr eine selbstgebaute Bombe, versteckt in einem Miettransporter. 168 Menschen sterben, darunter 19 Kinder. Mehr als 800 Menschen werden schwer verletzt. Nur wenige Stunden später nimmt die Polizei den 26-jährigen Timothy McRae wegen eines anderen Deliktes fest. In seinem Fahrzeug werden kopierte Seiten aus den Turner-Tagebüchern gefunden. Die Turner-Tagebücher gelten als die Bibel der Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten. Das Buch ist eine unglaubliche Inspirationsquelle für Massenmörder. Die Turner-Tagebücher blicken aus der fernen Zukunft zurück auf eine Zeit, als die weiße Rasse in Amerika von einigen Personen durch Selbstjustiz gerettet wird. In Anlehnung an Hitlers Mein Kampf ist es eine Botschaft, die besagt, Weiße müssen die Zukunft der Nation ohne Rücksicht verteidigen. Im Buch wird ein Regierungsgebäude in die Luft gejagt. Ich glaube, McVeys Bombe sollte zum selben Zeitpunkt wie im Buch hochgehen. Oklahoma gilt dabei als erster Schlag. So wie die ersten Gefechte im Unabhängigkeitskrieg Weltgeschichte schrieben. Obwohl er offenbar kein Mitglied von William Pears' National Alliance war, sympathisierte McVeigh mit deren regierungsfeindlicher Hasspropaganda. Er teilte also durchaus einige der Ansichten der Neonazi-Bewegung. Das Buch schwirrt immer noch herum und es wird weiter gelesen. Vielleicht gibt es genau in diesem Augenblick einen nächsten Timothy McVeigh in der Armee, der gerade gelernt hat, wie man Bomben baut. Und alles wegen Pierce. Geht die US-Regierung mit aller Kraft gegen Rechtsterroristen im eigenen Land vor? Oder ist es gerade der Anti-Terror-Kampf, der den Zorn von weiteren Außenseitern wie Timothy McVeigh schürt? Ich mache mir Sorgen um Amerika. Denn irgendwann wird jemand kommen und sagen, wisst ihr was, mir doch egal. Und dieser jemand lässt es dann krachen. Diese Leute haben das Know-how. Sie haben die Möglichkeiten und das Material, um so etwas zu tun. Aber wie behält die Regierung amerikanische Nazis im Auge? Und welche geheimen Methoden wenden die Rechtsextremisten an, um Mitglieder anzuwerben und zu schulen? Der Weg in den Braunen Sumpf beginnt oft mit Musik. Auf Geheimkonzerten feiern überwiegend junge Männer und Frauen eine Heavy-Metal-Spielart namens Hate Rock. Der Name ist Programm. Die politisch motivierte Musik soll Rassismus und Hass schüren. Die Botschaft lautet Gewalt. Für Neonazis ist dieser Rechtsrock ein wichtiges Rekrutierungsinstrument. Man kann nicht einfach ein Ticket kaufen. Man muss von Anführern eingeladen und akzeptiert werden. Da kann nicht jeder hin. Für die Neonazi-Gruppe National Socialist Movement ist die Musik als Propaganda-Instrument so wichtig und auch so lukrativ geworden, dass sie ihr eigenes Label gegründet hat, NSM 88. Das NSM ist eine weiße Bürgerrechtsorganisation. Wir führen die Bewegung von George Lincoln Rockwell und der ursprünglichen American Nazi Party fort. Durch die Musik erreichen wir die jungen Menschen im Land und durch die politische Botschaft öffnen wir einer ganz neuen Generation Augen und Ohren. Man kann offensichtlich ein Black Power Shirt tragen oder ein Black Pride, Mexican Pride oder Brown Pride Shirt. Das alles ist okay in den USA. Aber sobald man White Pride sagt, ist man gleich ein Rassist oder Fanatiker. Wir wollen für unsere Sache eine breite Mehrheit erreichen und Weißen eine Stimme geben. Ich bin entsetzt, was es für feindselige und brutale Menschen gibt, die auch noch einfach frei rumlaufen dürfen. Die amerikanischen Politiker glaubten wirklich, dass es zum Kampf gegen die Russen kommen würde. Und der Geheimdienst hatte keine Informationen über Russland. Der Kalte Krieg spitzte sich zu und es ging weniger um die Täter des letzten Krieges. Man wollte vielmehr deutsche Geheimdienstmitarbeiter mit Zugang zu politischen und militärischen Plänen anwerben. Dabei interessierte die Ideologie dieser Leute nicht besonders. Es gab einen regelrechten Wetschtheit zwischen den Sowjets und den Amerikanern. Wer bekommt mehr Informationen über deutsche Wehrtechnik? Das Ergebnis war die sogenannte Operation Paperclip, durch die einige überzeugte Nazis in die USA kamen, weil sie von Nazi-Technologie Ahnung hatten. Viele Deutsche wollten einfach nur ihre Haut retten. Und wären sie für ihre Taten im Zweiten Weltkrieg vor Gericht gekommen, hätte man sie als Kriegsverbrecher eingestuft. Präsident Truman ordnete an, dass keine ehemaligen Nazis rekrutiert werden durften, die zu tief in die nationalsozialistische Idee verstrickt gewesen waren. Aber die Regierung umging das einfach, indem für einige der schlimmsten Täter neue Identitäten erfunden wurden. Die bekanntesten sind Arthur Rudolph und Wernherr von Braun, die später zu einer beispiellosen Entwicklung in der Militärtechnologie beitrugen. Werner von Braun war technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde und dort für die Entwicklung der V2-Rakete verantwortlich, die London in Schutt und Asche legen sollte. Aber nach dem Krieg warb ihn die US-Regierung an, um die Technologie für einen neuen Einsatzbereich weiterzuentwickeln. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing-Rakete und an Saturn V beteiligt. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her, und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi-Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten, um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der USA müsste im Kapitel über Nazis stehen, dass die US-Regierung sie mit offenen Armen empfangen hat und dass Washington zudem vertuscht hat, wie wir Nazis aufgenommen haben. Die geheime Einschleusung deutscher Wissenschaftler in die USA wurde Anfang der 80er von Sonderermittlern des Justizministeriums untersucht, auch von John Loftus. Er erklärte 1982 im US-Fernsehen, dass der Geheimdienst nicht nur Kriegsverbrecher ins Land geschleust hatte, sondern das Justizministerium sie auch vor einer strafrechtlichen Verfolgung beschützte. Mein offizieller Auftrag war es, Nazis zu finden, die sich in Amerika versteckt hatten. Aber es gab noch einen inoffiziellen Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Kriegsverbrecher gedeckt hatte. Laut Geheimdienstakten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftus zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vize-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienstkreisen suspekt. Der Kongress forderte das Justizministerium auf, das Richtige zu tun, aber das Ministerium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungsaktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informant, als Whistleblower vor dem Kongress ausgesagt. Hat Operation Paperclip tatsächlich den Boden für rechtsextreme Gruppen in den USA bereitet? Oder war das Feld nicht ohnehin schon bestellt? Sieg halt! Sieg halt! Sieg halt! In den 50er Jahren boomte Amerikas Wirtschaft. Man zog in den Speckgürtel, kaufte Fernsehgeräte und Kombiwagen. Amerika war auf der Überholspur und der Zweite Weltkrieg blinkte bestenfalls noch im Rückspiegel. Die Bürger strotzten vor Zuversicht und hofften, dass der amerikanische Traum bald auch für jene Wirklichkeit werden könnte, die bislang ausgegrenzt worden waren. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Minderheiten wurde lauter. Aber nicht alle begrüßten eine sozial fortschrittlichere Haltung. So mancher fühlte sich von der Idee der Gleichheit zutiefst bedroht. Und es gab Menschen, die sich wieder der Nazi-Rassenhygiene zuwandten. Sie vertraten die Ansicht, dass Weiße zur Herrschaft geboren seien und Nicht-Weiße sich zu unterwerfen hätten. So niederträchtig und hasserfüllt es auch klingt, aber es gab genug Menschen in den Vereinigten Staaten, die an die Rassenpolitik der Nazis glaubten. Zum Beispiel George Lincoln Rockwell. Der ehemalige Marineoffizier glaubte, die USA hätten im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite gekämpft. Er vertrat den Standpunkt, Rassenintegration und Kommunismus gingen Hand in Hand und beides werde von Juden propagiert. Im März 1959 gründete Rockwell die World Union of Free Enterprise National Socialists, noch im selben Jahr umbenannt in American Nazi Party. Rockwell marschierte mit seiner uniformierten Sturmtruppe, wie er sie nannte, die Washington Mall, auf und ab. Er war vehement für die nationalsozialistische. In den zehn Jahren darauf hatte er verschiedene Jobs, verbrachte aber immer mehr Zeit als Musiker in diversen Neonazi-Rockbands. Viele seiner rassistischen Ansichten hatte Page nach Aussagen von Bekannten aber schon während seiner Zeit als Soldat erworben. Page erzählte mir, dass er beim Militär erst richtig zum Nazi wurde. Er meinte, wenn man noch nicht als Rassist zur Armee kommt, ist man sicher einer, wenn man wieder geht. Wade Page diente 1995 und 96 in Fort Bragg. Genau zu der Zeit tummelten sich dort jede Menge Neonazis. Als drei von ihnen ein schwarzes Paar ermordeten, gab es einen Riesenskandal. Die Stuben hingen damals voll mit Nazi-Flaggen und diese Typen reichten Neonazi-Literatur herum. Was macht das US-Militär für Neonazis so interessant? Ich bin zu den US-Marines gegangen, weil ich sie für die Besten hielt. Ich wollte ihre Kampftechniken lernen und damit Leute ausbilden, wenn wir in den Krieg gegen Washington ziehen. Wir wollten die Regierung der USA mit militärischer Taktik vernichten. Ich hatte Skinhead hinten auf die Arme tätowiert und fünf Zentimeter lange SS-Runen am Hals. Ich machte den Hitlergruß und an meinem Spind hing eine Hakenkreuzfahne. Ich habe sie im Biergarten gehisst und dort ganz offen mit anderen Skinheads und Neonazis getrunken. Die Armee wusste also Bescheid. Ist das Gebot, ein politisch korrektes Bild abzugeben, der Grund dafür, dass sich das US-Militär auf dem rechten Auge blind zeigt? Der braune Sumpf ist jedenfalls weitreichend. In den USA sind fast 200 Neonazi-Gruppen aktiv. In einem losen Netzwerk sind sie mit zahlreichen anderen rassistischen Hassgruppen verbunden, wie etwa den berüchtigten White Power oder Aryan Power Bewegung. Sie alle haben sich den Kampf für die Vorherrschaft der Weißen Rasse auf die Fahnen geschrieben. Anhänger der White Power Bewegung und Neonazis sind sowohl Verbündete als auch Gegner. Es gibt innerhalb der Bewegung ein starkes Gefühl der Verbundenheit. Denn sie sind alle aus demselben Grund dabei, weil sie Angst haben, dass die Weiße Rasse ausstirbt und sie etwas dagegen tun wollen. Hass ist etwas, das man fast schmecken kann. Es ist gefährlich, sich von Hass leiten zu lassen. Hitler hasste die Juden und wollte sie vernichten. Er hat es geschafft, fast ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung umzubringen. Die meisten Neonazis sind unorganisiert. Gerade die muss man im Auge behalten. Nach der Taktik des führerlosen Widerstands wird eine Gruppe ab einer bestimmten Größe in kleinere Zellen aufgeteilt. Es heißt ja, drei können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Lass die Zellen also klein, dann behältst du die Kontrolle. Obwohl viele amerikanische Nazis aktenkundig sind und die US-Regierung sie beobachtet, sind ihre rassistischen Ansichten und Rekrutierungsmaßnahmen nicht rechtswidrig. Aber wie und wann hat sich die Nazi-Ideologie in den USA etabliert? Und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Mordanschlag wie den in Wisconsin vorbereitet? 1931. Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten kommen an die Macht. Nur wenige ahnen, welcher Horror bevorsteht. Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor dem Bankrott. Hohe Arbeitslosigkeit und die galoppierende Inflation der 20er Jahre ließen viele Menschen verzweifeln. Hitler machte die Juden für das Elend der Deutschen verantwortlich. Aber die Welt verschloss vor seinen Hassreden Augen und Ohren. Der Nationalsozialismus, der Deutschland in den 20er Jahren erfasste, beschränkte sich nicht auf Europa. Auch in den so freiheitsliebenden Vereinigten Staaten waren Menschen von der Nazi-Ideologie fasziniert. Einer von ihnen war der Hollywood-Drehbuchautor und Esoteriker William Dudley Pelley. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm sich Pelley ein Beispiel. Er beschloss selbst eine Art Führer der amerikanischen Nationalsozialisten zu werden. Hitlers arisch orientierte Staatsphilosophie und sein fanatischer Antikommunismus beeindruckten Pelley. Er gründete die sogenannte Silver Legion und orientierte sich dabei an den braunen Hemden der Nazis. Pelley ließ seine Mitglieder in paramilitärischer Kleidung und bewaffnet auflaufen. Die Silver Shirts hatten rund 15.000 Mitglieder. Das ist nicht wenig. Die US-Regierung hatte Angst, dass diese 15.000 Mitglieder im Zweiten Weltkrieg als subversive Kraft wirken könnten, wie eine Art fünfte Kolonne. Pelley wurde wegen Volksverhetzung angeklagt und verbüßte ab 1942 eine Haftstrafe. Aber Pelley war nicht der Einzige, der die Nazi-Bewegung in Amerika vorantreiben wollte. 1936 wurde der Amerika-Deutsche Bund ins Leben gerufen. Unter Leitung des in Deutschland geborenen Amerikaners Fred Kuhn wollte der Bund die Interessen amerikanischer und deutscher Nazis in einer Ideologie vereinen. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Im New Yorker Madison Square Garden versammelten sich im Februar 1939 20.000 Nationalsozialisten, um Fritz Kuhn-Reden zu hören. Kuhn erhob sich und bediente sich frei aus Hitlers politischen Reden. Während des Krieges tauchten die amerikanischen Nazis unter. Sie fürchteten Repressalien und Verfolgung. Aber nach Hitlers Niederlage 1945 richtete sich der Blick der USA ohnehin bald auf einen ganz anderen Gegner, ihren ehemaligen Bündnispartner, die Sowjetunion. Auf trifft Officer Sam Lander ein. Ich sah jemanden Richtung Westen laufen. Dann merkte ich, dass er bewaffnet war und um sich schoss. Ich drückte ab und er ging zu Boden. Der Schütze wird in den Oberkörper getroffen und setzt mit einem Kopfschuss seinem Leben selbst ein Ende. Außer dem Attentäter sterben sechs Menschen. Drei weitere sind schwer verletzt. Eine ganze Gemeinde ist traumatisiert. Aber was steckt hinter dem Blutband? Das Tattoo auf der Schulter des Tatverdächtigen könnte einen Hinweis geben. Die Zahl 14. Damit kann das FBI den Schützen identifizieren. Es ist Wade Michael Page, Verfechter der sogenannten White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Musiker in einer Neonazi-Rockband. Die Tätowierte 14 ist ein Erkennungszeichen für andere Rassisten. Es geht um 14 Wörter, die den ganzen weißen Rassenwahn auf den Punkt bringen. Adolf Hitler hat mit seinem Buch Mein Kampf ein politisches Manifest hinterlassen. In Anlehnung an Kapitel 8 entstand in der US-Neonazi-Szene ein Zitat aus diesen 14 Wörtern. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und auch die Zukunft unserer weißen Kinder sichern. Diese 14 Wörter wurden quasi der Leitspruch der White Supremacy in den USA. Mein Kampf? Adolf Hitler? Wie kann es sein, dass der Mann, der in den 1930er und 40er Jahren Millionen Menschen ermorden ließ, im 21. Jahrhundert noch verehrt wird? Neonazis sehen sich gern als noble Kämpfer. Das gehört zu ihrem Weltbild. Sehr wahrscheinlich glaubte Wade Page, er wäre ein Märtyrer für die Bewegung. Ich glaube, in seinem Kopf lief Folgendes ab. Ich gehe da jetzt rein wie ein Berserker, niete Leute um und werde getötet. Dann komme ich nach Valhall und nach Asgard. Das ist die Halle, wo man mäht, trinkt, kämpft und stirbt. Und dann wird man am nächsten Tag wieder zum Leben erweckt und beginnt von vorn. Page war Soldat, bis er 1998 unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde. In den zehn Jahren darauf hatte er verschiedene Jobs, verbrachte aber immer mehr Zeit als Musiker in diversen Neonazi-Rockbands. Viele seiner rassistischen Ansichten hatte Page nach... ...waren Menschen von der Nazi-Ideologie fasziniert. Einer von ihnen war der Hollywood-Drehbuchautor und Esoteriker William Dudley Pelley. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm sich Pelley ein Beispiel. Er beschloss selbst, eine Art Führer der amerikanischen Nationalsozialisten zu werden. Hitlers arisch orientierte Staatsphilosophie und sein fanatischer Antikommunismus beeindruckten Pelley. Er gründete die sogenannte Silver Legion und orientierte sich dabei an den braunen Hemden der Nazis. Pelley ließ seine Mitglieder in paramilitärischer Kleidung und bewaffnet auflaufen. Die Silver Shirts hatten rund 15.000 Mitglieder. Das ist nicht wenig. Die US-Regierung hatte Angst, dass diese 15.000 Mitglieder im Zweiten Weltkrieg als subversive Kraft wirken könnten, wie eine Art fünfte Kolonne. Pelley wurde wegen Volksverhetzung angeklagt und verbüßte ab 1942 eine Haftstrafe. Aber Pelley war nicht der Einzige, der die Nazi-Bewegung in Amerika vorantreiben wollte. 1936 wurde der Amerika-Deutsche Bund ins Leben gerufen. Unter Leitung des in Deutschland geborenen Amerikaners Fritz Kuhn wollte der Bund die Interessen amerikanischer und deutscher Nazis in einer Ideologie vereinen. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Im New Yorker Madison Square Garden versammelten sich im Februar 1939 20.000 Nationalsozialisten, um Fritz Kuhn-Reden zu hören. Kuhn erhob sich und bediente sich frei aus Hitlers politischen Reden. Während des Krieges tauchten die amerikanischen Nazis unter. Sie fürchteten Repressalien und Verfolgung. Aber nach Hitlers Niederlage 1945 richtete sich der Blick der USA ohnehin bald auf einen ganz anderen Gegner, ihren ehemaligen Bündnispartner, die Sowjetunion. Die amerikanischen Politiker glaubten wirklich, dass es zum Kampf gegen die Russen kommen würde. Und der Geheimdienst hatte keine Informationen über Russland. Der Kalte Krieg spitzte sich zu und es ging weniger um die Täter des letzten Krieges. Man wollte vielmehr deutsche Geheimdienstmitarbeiter mit Zugang zu Politik. Durch die Geräusche wird der Schütze auf sie aufmerksam. Er trat die Tür ein und feuerte auf alle vier. Kalika wird tödlich verletzt, als er versucht, den Attentäter mit einem Buttermesser zu überwältigen. Als der Schütze das Gebäude verlässt, trifft er draußen auf Lieutenant Brian Murphy. Er schießt dem Polizeibeamten in den Hals und feuert weitere 14 Schüsse aus nächster Nähe auf ihn ab. Kurz darauf trifft Officer Sam Lander ein. Ich sah jemanden Richtung Westen laufen. Dann merkte ich, dass er bewaffnet war und um sich schoss. Ich drückte ab und er ging zu Boden. Der Schütze wird in den Oberkörper getroffen und setzt mit einem Kopfschuss seinem Leben selbst ein Ende. Außer dem Attentäter sterben sechs Menschen. Drei weitere sind schwer verletzt. Eine ganze Gemeinde ist traumatisiert. Aber was steckt hinter dem Blutband? Das Tattoo auf der Schulter des Tatverdächtigen könnte einen Hinweis geben. Die Zahl 14. Damit kann das FBI den Schützen identifizieren. Es ist Wade Michael Page, Verfechter der sogenannten White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Musiker in einer Neonazi-Rock-Band. Die Tätowierte 14 ist ein Erkennungszeichen für andere Rassisten. Es geht um 14 Wörter, die den ganzen weißen Rassenwahn auf den Punkt bringen. Adolf Hitler hat mit seinem Buch Mein Kampf ein politisches Manifest hinterlassen. In Anlehnung an Kapitel 8 entstand in der US-Neonazi-Szene ein Zitat aus diesen 14 Wörtern. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und auch die Zukunft unserer weißen Kinder sichern. Diese 14 Wörter wurden quasi der Leitspruch der White Supremacy in den USA. Mein Kampf? Adolf Hitler? Wie kann es sein, dass der Mann, der in den 1930er und 40er Jahren Millionen Menschen ermorden ließ, im 21. Jahrhundert noch verehrt wird? Neonazis sehen sich gern als noble Kämpfer. Das gehört zu ihrem Weltbild. Sehr wahrscheinlich glaubte Wade Page, er wäre ein Märtyrer für die Bewegung. Ich glaube, in seinem Kopf lief Folgendes ab. White Power oder Aryan Power Bewegung. Sie alle haben sich den Kampf für die Vorherrschaft der weißen Rasse auf die Fahnen geschrieben. Anhänger der White Power Bewegung und Neonazis sind sowohl Verbündete als auch Gegner. Es gibt innerhalb der Bewegung ein starkes Gefühl der Verbundenheit. Denn sie sind alle aus demselben Grund dabei, weil sie Angst haben, dass die weiße Rasse ausstirbt und sie etwas dagegen tun wollen. Hass ist etwas, das man fast schmecken kann. Es ist gefährlich, sich von Hass leiten zu lassen. Hitler hasste die Juden und wollte sie vernichten. Er hat es geschafft, fast ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung umzubringen. Die meisten Neonazis sind unorganisiert. Gerade die muss man im Auge behalten. Nach der Taktik des führerlosen Widerstands wird eine Gruppe ab einer bestimmten Größe in kleinere Zellen aufgeteilt. Es heißt ja, drei können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Lass die Zellen also klein, dann behältst du die Kontrolle. Obwohl viele amerikanische Nazis aktenkundig sind und die US-Regierung sie beobachtet, sind ihre rassistischen Ansichten und Rekrutierungsmaßnahmen nicht rechtswidrig. Aber wie und wann hat sich die Nazi-Ideologie in den USA etabliert? Und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Mordanschlag wie den in Wisconsin vorbereitet? 1931. Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten kommen an die Macht. Nur wenige ahnen, welcher Horror bevorsteht. Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor dem Bankrott. hohe Arbeitslosigkeit und die galoppierende Inflation der 20er Jahre ließen viele Menschen verzweifeln. Hitler machte die Juden für das Elend der Deutschen verantwortlich. Aber die Welt verschloss vor seinen Hassreden Augen und Ohren. Der Nationalsozialismus, der Deutschland in den 20er Jahren erfasste, beschränkte sich nicht auf Europa. Auch in den so freiheitsliebenden Vereinigten Staaten waren Menschen von der Nazi-Ideologie fasziniert. Einer von ihnen war der Hollywood-Drehbuchautor und Esoteriker William Dudley Pelley. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm sich Pelley ein Beispiel. Er beschloss selbst eine Art Führer der amerikanischen Nationalsozialisten zu werden. Hitlers arisch orientierte Staatsphilosophie und sein fanatischer Antikommunismus beeindruckten Pelley. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Oak Creek, Wisconsin, 5. August 2012. Es ist 10 Uhr morgens. Ein Mann fährt auf den Parkplatz eines Sikh-Tempels. Dort fängt gerade der Sonntagsgottesdienst an. Er stieg aus einem Truck, lief zu zwei Priestern auf dem Parkplatz und feuerte auf sie. Dann ging er hinein und nahm den Tempel unter Beschuss. Die mehr als 20 Besucher des Tempels gehen in Deckung. Der Schütze durchkämmt das Gebäude systematisch Raum für Raum. Ein tödliches Versteckspiel. Kinder kamen herein und riefen, da schießt jemand. Ich sagte, los, lauft, lauft in die Speisekammer. Los, dort hinein. Wir waren 12 oder 13 Leute da drin. Der Schütze kam und fing an zu schießen. Wir haben die Tür zugezogen und uns hier versteckt. Der Gründer und Vorsteher des Tempels Satwanzinka-Leka flieht mit anderen in ein Hinterzimmer und ruft die Polizei. Mein Vater war in dem Zimmer in Sicherheit. Er wollte noch jemanden hineinlassen, obwohl andere dagegen waren. Durch die Geräusche wird der Schütze auf sie aufmerksam. Er trat die Tür ein und feuerte auf alle vier. In 1930er und 40er Jahren Millionen Menschen ermorden, die es im 21. Jahrhundert noch verehrt wird. Neonazis sehen sich gerne als noble Kämpfer. Das gehört zu ihrem Weltbild. Sehr wahrscheinlich glaubte Wade Page, er wäre ein Märtyrer für die Bewegung. Ich glaube, in seinem Kopf lief Folgendes ab. Ich gehe da jetzt rein wie ein Berserker, niete Leute um und werde getötet. Dann komme ich nach Valhall und nach Asgard. Das ist die Halle, wo man mäht, trinkt, kämpft und stirbt. Und dann wird man am nächsten Tag wieder zum Leben erweckt und beginnt von vorn. Page war Soldat, bis er 1998 unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde. In den zehn Jahren darauf hatte er verschiedene Jobs, verbrachte aber immer mehr Zeit als Musiker in diversen Neonazi-Rockbands. Viele seiner rassistischen Ansichten hatte Page nach Aussagen von Bekannten aber schon während seiner Zeit als Soldat erworben. Page erzählte mir, dass er beim Militär erst richtig zum Nazi wurde. Er meinte, wenn man noch nicht als Rassist zur Armee kommt, ist man sicher einer, wenn man wieder geht. Der Militär ist ein Rassist, aber man ist sicher, dass er es gewonnen hat. Wade Page diente 1995 und 96 in Fort Bragg. Genau zu der Zeit tummelten sich dort jede Menge Neonazis. Als drei von ihnen ein schwarzes Paar ermordeten, gab es einen Riesenskandal. Die Stuben hingen damals voll mit Nazi-Flaggen und diese Typen reichten Neonazi-Literatur herum. Was macht das US-Militär für Neonazis so interessant? Ich bin zu den US-Marines gegangen, weil ich sie für die Besten hielt. Ich wollte ihre Kampftechniken lernen und damit Leute ausbilden, wenn wir in den Krieg gegen Washington ziehen. Wir wollten die Regierung der USA mit militärischer Taktik vernichten. Ich hatte Skinhead hinten auf die Arme tätowiert und fünf Zentimeter lange SS-Runen am Hals. Ich machte den Hitlergruß und an meinem Spind hing eine Hakenkreuzfahne. Ich habe sie im Biergarten gehisst und dort ganz offen mit anderen Skinheads und Neonazis getrunken. Die Armee wusste also Bescheid. Ist das Gebot ein politisch korrektes Bild abzugeben der Grund dafür, dass sich das US-Militär auf dem rechten Auge blind zeigt? Der braune Sumpf ist jedenfalls weitreichend. In den USA sind fast 200 Neonazi-Gruppen aktiv. In einem losen Netzwerk sind sie mit zahlreichen anderen rassistischen Hassgruppen verbunden. In dem für einige der schlimmsten Täter neue Identitäten erfunden wurden. Die bekanntesten sind Arthur Rudolph und Wernher von Braun, die später zu einer beispiellosen Entwicklung in der Militär-Technologie beitrugen. Werner von Braun war technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde und dort für die Entwicklung der V2-Rakete verantwortlich, die London in Schutt und Asche legen sollte. Aber nach dem Krieg warb ihn die US-Regierung an, um die Technologie für einen neuen Einsatzbereich weiterzuentwickeln. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing-Rakete und an Saturn-5 beteiligt. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi-Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten, um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der USA müsste im Kapitel über Nazis stehen, dass die US-Regierung sie mit offenen Armen empfangen hat und dass Washington zudem vertuscht hat, wie wir Nazis aufgenommen haben. Die geheime Einschleusung deutscher Wissenschaftler in die USA wurde Anfang der 80er von Sonderermittlern des Justizministeriums untersucht, auch von John Loftus. Er erklärte 1982 im US-Fernsehen, dass der Geheimdienst nicht nur Kriegsverbrecher ins Land geschleust hatte, sondern das Justizministerium sie auch vor einer strafrechtlichen Verfolgung beschützte. Mein offizieller Auftrag war es, Nazis zu finden, die sich in Amerika versteckt hatten. Aber es gab noch einen inoffiziellen Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Kriegsverbrecher gedeckt hatte. Laut Geheimdienst Akten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftus zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vizi-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienstkreisen Suspekt. Mysterium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungsaktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informant, als Whistleblower vor dem Kongress ausgesagt. Hat Operation Paperclip tatsächlich den Boden für rechtsextreme Gruppen in den USA bereitet? Oder war das Feld nicht ohnehin schon bestellt? Sieg hat! Sieg hat! Sieg hat! Sieg 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 In den 50er Jahren boomte Amerikas Wirtschaft. Man zog in den Speckgürtel, kaufte Fernsehgeräte und Kombiwagen. Amerika war auf der Überholspur und der Zweite Weltkrieg blinkte bestenfalls noch im Rückspiegel. Die Bürger strotzten vor Zuversicht und hofften, dass der amerikanische Traum bald auch für jene Wirklichkeit werden könnte, die bislang ausgegrenzt worden waren. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Minderheiten wurde lauter. Aber nicht alle begrüßten eine sozial fortschrittlichere Haltung. So mancher fühlte sich von der Idee der Gleichheit zutiefst bedroht. Und es gab Menschen, die sich wieder der Nazi-Rassen Hygiene zuwandten. Sie vertraten die Ansicht, dass Weiße zur Herrschaft geboren seien und Nicht-Weiße sich zu unterwerfen hätten. So niederträchtig und hasserfüllt es auch klingt, aber es gab genug Menschen in den Vereinigten Staaten, die an die Rassenpolitik der Nazis glaubten. Zum Beispiel George Lincoln Rockwell. Der ehemalige Marineoffizier glaubte, die USA hätten im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite gekämpft. Er vertrat den Standpunkt, Rassenintegration und Kommunismus gingen Hand in Hand und beides werde von Juden propagiert. Im März 1959 gründete Rockwell die World Union of Free Enterprise National Socialists, noch im selben Jahr umbenannt und in American Nazi Party. Rockwell marschierte mit seiner uniformierten Sturmtruppe, wie er sie nannte, die Washington Mall auf und ab. Er war vehement für die nationalsozialistische Idee. Seiner Ansicht nach war sie immer noch ausbaufähig. Und das, obwohl Millionen Amerikaner nur wenige Jahre zuvor den Nationalsozialismus ... Rockwell startete einen öffentlichen Kreuzzug. Sein Ziel, Amerika von allen Nicht-Weißen zu säubern. Am 25. August 1967 wurde er in Arlington auf offener Straße erschossen, von einem ehemaligen Anhänger. Aber spornte sein Tod nicht erst recht andere Rassisten an, ihm in seinem Wahn nachzueifern? In der White Power Bewegung gibt es seit Gründung der American Nazi Party diverse Ableger. Das National Socialist Movement, die National Alliance, die White Aryan Resistance und Neonazi Skinheads. Sie sind alle aus demselben Holz geschnitzt, angetrieben vom Ziel eines rein weißen Amerikas. Die National Alliance wurde 1974 von William Luther Pierce gegründet. Einst ein treuer Gefährte Rockwells. William Pierce lehrte eine Zeit lang an der Oregon State University und verließ dann die Hochschule, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen, der Verbreitung von Neonazi-Propaganda. Pierce verfasste einen Roman, der vielen Rassisten und Neonazis als Inspirationsquelle dient. Ein geistiger Brandsatz, der bis heute zu Gewalt und Mord anstiftet. Die Turner-Tagebücher. Oklahoma City, 19. April 1995. Vor dem Mara Federal Building explodiert um 9.00 Uhr eine selbstgebaute Bombe, versteckt in einem Miettransporter. 168 Menschen sterben, darunter 19 Kinder. Mehr als 800 Menschen werden schwer verletzt. Nur wenige Stunden später nimmt die Polizei den 26-jährigen Timothy McRae wegen eines anderen Deliktes fest. In seinem Fahrzeug werden kopierte Seiten aus den Turner-Tagebüchern gefunden. Die Turner-Tagebücher gelten als die Bibel der Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten. Das Buch ist eine unglaubliche Inspirationsquelle für Massenmörder. Die Turner-Tagebücher blicken aus der fernen Zukunft zurück auf eine Zeit, als die weiße Rasse in Amerika von einigen Personen durch Selbstjustiz gerettet wird. In Anlehnung an Hitlers Mein Kampf ist es eine Botschaft, die besagt, Weiße müssen die Zukunft der Nation ohne Rücksicht verteidigen. Laut Geheimdienstakten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftus zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vize-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienstkreisen Suspekt. Der Kongress forderte das Justizministerium auf, das Richtige zu tun, aber das Ministerium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungsaktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informant, als Whistleblower vor dem Kongress ausgesagt. Hat Operation Paperclip tatsächlich den Boden für rechtsextreme Gruppen in den USA bereitet? Oder war das Feld nicht ohnehin schon bestellt? Sieg Fall! Sieg Fall! Sieg Fall! Sieg 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 In den 50er-Jahren boomte Amerikas Wirtschaft. Man zog in den Speckgürtel, kaufte Fernsehgeräte und Kombiwagen. Amerika war auf der Überholspur und der Zweite Weltkrieg blinkte bestenfalls noch im Rückspiegel. Die Bürger strotzten vor Zuversicht und hofften, dass der amerikanische Traum bald auch für jene Wirklichkeit werden könnte, die bislang ausgegrenzt worden waren. Die Forderung nach Gleichberechtigung von Minderheiten wurde lauter. Aber nicht alle begrüßten eine sozial fortschrittlichere Haltung. So mancher fühlte sich von der Idee der Gleichheit zutiefst bedroht. Und es gab Menschen, die sich wieder der Nazi-Rassenhygiene zuwandten. Sie vertraten die Ansicht, dass Weiße zur Herrschaft geboren seien und Nicht-Weiße sich zu unterwerfen hätten. So niederträchtig und hasserfüllt es auch klingt, aber es gab genug Menschen in den Vereinigten Staaten, die an die Rassenpolitik der Nazis glaubten. Zum Beispiel George Lincoln Rockwell. Der ehemalige Marineoffizier glaubte, die USA hätten im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite gekämpft. Er vertrat den Standpunkt, Rassenintegration und Kommunismus gingen Hand in Hand und beides werde von Juden propagiert. Im März 1959 gründete Rockwell die World Union of Free Enterprise National Socialists. noch im selben Jahr umbenannt in American Nazi Party. Werner von Braun war technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde und dort für die Entwicklung der V2-Rakete verantwortlich, die London in Schutt und Asche legen sollte. Aber nach dem Krieg warb ihn die US-Regierung an, um die Technologie für einen neuen Einsatzbereich weiterzuentwickeln. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing-Rakete und an Saturn V beteiligt. Wir wählten, zu gehen in dieser Decade und zu anderen Sachen. Nicht, weil sie einfach sind, aber weil sie hart sind. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi-Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten, um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der USA müsste im Kapitel über Nazis stehen, dass die US-Regierung sie mit offenen Armen empfangen hat und dass Washington zudem vertuscht hat, wie wir Nazis aufgenommen haben. Die geheime Einschleusung deutscher Wissenschaftler in die USA wurde Anfang der 80er von Sonderermittlern des Justizministeriums untersucht, auch von John Loftus. Er erklärte 1982 im US-Fernsehen, dass der Geheimdienst nicht nur Kriegsverbrecher ins Land geschleust hatte, sondern das Justizministerium sie auch vor einer strafrechtlichen Verfolgung beschützte. Mein offizieller Auftrag war es, Nazis zu finden, die sich in Amerika versteckt hatten. Aber es gab noch einen inoffiziellen Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi Kriegsverbrecher gedeckt hatte. Laut Geheimdienst Akten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftes zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vize-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienst Kreisen Suspekt. Der Kongress forderte das Justizministerium auf, das Richtige zu tun, aber das Ministerium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungs Aktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informator herkommen. Was macht das US-Militär für Neonazis so interessant? Ich bin zu den US-Marines gegangen, weil ich sie für die Besten hielt. Ich wollte ihre Kampftechniken lernen und damit Leute ausbilden, wenn wir in den Krieg gegen Washington ziehen. Wir wollten die Regierung der USA mit militärischer Taktik vernichten. Ich hatte Skinhead hinten auf die Arme tätowiert und fünf Zentimeter lange SS-Runen am Hals. Ich machte den Hitlergruß und an meinem Spind hing eine Hakenkreuzfahne. Ich habe sie im Biergarten gehisst und dort ganz offen mit anderen Skinheads und Neonazis getrunken. Die Armee wusste also Bescheid. Ist das Gebot ein politisch korrektes Bild abzugeben der Grund dafür, dass sich das US-Militär auf dem rechten Auge blind zeigt? Der braune Sumpf ist jedenfalls weitreichend. In den USA sind fast 200 Neonazi-Gruppen aktiv. In einem losen Netzwerk sind sie mit zahlreichen anderen rassistischen Hassgruppen verbunden, wie etwa den berüchtigten White Power oder Aryan Power Bewegung. Sie alle haben sich den Kampf für die Vorherrschaft der Weißen Rasse auf die Fahnen Bewegung und Neonazis sind sowohl Verbündete als auch Gegner. Es gibt innerhalb der Bewegung ein starkes Gefühl der Verbundenheit, denn sie sind alle aus dem selben Grund dabei, weil sie Angst haben, dass die weiße Rasse ausstirbt und sie etwas dagegen tun wollen. Hass ist etwas, das man fast schmecken kann. Es ist gefährlich, sich von Hass leiten zu lassen. Hitler hasste die Juden und wollte sie vernichten. Er hat es geschafft, fast ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung umzubringen. Die meisten Neonazis sind unorganisiert. Gerade die muss man im Auge behalten. Nach der Taktik des führerlosen Widerstands wird eine Gruppe ab einer bestimmten Größe in kleinere Zellen aufgeteilt. Es heißt ja, drei können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind. Lass die Wohl viele amerikanische Nazis aktenkundig sind und die US-Regierung sie beobachtet, sind ihre rassistischen Ansichten und Rekrutierungsmaßnahmen nicht rechtswidrig. Aber wie und wann hat sich die Nazi-Ideologie in den USA etabliert? Und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Mordanschlag wie den in Wisconsin vorbereitet? 1931 Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten kommen an den Krieg. Während des Krieges tauchten die amerikanischen Nazis unter. Sie fürchteten Repressalien und Verfolgung. Aber nach Hitlers Niederlage 1945 richtete sich der Blick der USA ohnehin bald auf einen ganz anderen Gegner, ihren ehemaligen Bündnispartner, die Sowjeten. Die amerikanischen Politiker glaubten wirklich, dass es zum Kampf gegen die Russen kommen würde. Und der Geheimdienst hatte keine Informationen über Russland. Der Kalte Krieg spitzte sich zu und es ging weniger um die Täter des letzten Krieges. Man wollte vielmehr deutsche Geheimdienst Mitarbeiter mit Zugang zu politischen und militärischen Plänen anwerben. Dabei interessierte die Ideologie dieser Leute nicht besonders. Es gab einen regelrechten Wetschtheit zwischen den Sowjets und den Amerikanern. Wer bekommt mehr Informationen über deutsche Wehrtechnik? Das Ergebnis war die sogenannte Operation Paperclip, Welt. die einige überzeugte Nazis in die USA kamen, weil sie von Nazi Technologie Ahnung hatten. Viele Deutsche wollten einfach nur ihre Haut retten. Und wären sie für ihre Taten im Zweiten Weltkrieg vor Gericht gekommen, hätte man sie als Kriegsverbrecher eingestuft. Präsident Truman ordnete an, dass keine ehemaligen Nazis rekrutiert werden durften, die zu tief in die nationalsozialistische Idee verstrickt gewesen waren. Aber die Regierung umging das einfach, indem für einige der schlimmsten Täter neue Identitäten erfunden wurden. Die bekanntesten sind Arthur Rudolph und Wernherr von Braun, die später zu einer beispiellosen Entwicklung in der Militärtechnologie beitrugen. Werner von Braun war technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde und dort für die Entwicklung der V2-Rakete verantwortlich, die London in Schutt und Asche legen sollte. Aber nach dem Krieg warb ihn die US-Regierung an, um die Technologie für einen neuen Einsatzbereich weiter zu entwickeln. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing-Rakete und an Saturn-5 beteiligt. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi-Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten, um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der McWay wegen eines anderen Deliktes fest. In seinem Fahrzeug werden kopierte Seiten aus den Turner-Tagebüchern gefunden. Die Turner-Tagebücher gelten als die Bibel der Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten. Das Buch ist eine unglaubliche Inspirationsquelle für Massenmörder. Die Turner-Tagebücher blicken aus der fernen Zukunft zurück auf eine Zeit, als die weiße Rasse in Amerika von einigen Personen durch Selbstjustiz gerettet wird. In Anlehnung an Hitlers Mein Kampf ist es eine Botschaft, die besagt, Weiße müssen die Zukunft der Nation ohne Rücksicht verteidigen. Im Buch wird ein Regierungsgebäude in die Luft gejagt. Ich glaube, McVeys Bombe sollte zum selben Zeitpunkt wie im Buch hochgehen. Oklahoma gilt dabei als erster Schlag, so wie die ersten Gefechte im Unabhängigkeitskrieg Weltgeschichte schrieben. Obwohl er offenbar kein Mitglied von William Pearce's National Alliance war, sympathisierte McVeigh mit deren regierungsfeindlicher Hasspropaganda. Er teilte also durchaus einige der Ansichten der Neonazi-Bewegung. Das Buch schwirrt immer noch herum und es wird weiter gelesen. Vielleicht gibt es genau in diesem Augenblick einen nächsten Timothy McVeigh in der Armee, der gerade gelernt hat, wie man Bomben baut. Und alles wegen Pierce. Geht die US-Regierung mit aller Kraft gegen Rechtsterroristen im eigenen Land vor? Oder ist es gerade der Anti-Terror-Kampf, der den Zorn von weiteren Außenseitern wie Timothy McVeigh schürt? Ich mache mir Sorgen um Amerika. Denn irgendwann wird jemand kommen und sagen, wisst ihr was? Mir doch egal. Und dieser jemand lässt es dann krachen. Diese Leute haben das Know-how. Sie haben die Möglichkeiten und das Material, um so etwas zu tun. Aber wie behält die Regierung amerikanische Nazis im Auge? Und welche geheimen Methoden wenden die Rechtsextremisten an, um Mitglieder anzuwerben und zu schulen? Bewege in den Braunensumpf beginnt oft mit Musik. Auf Geheimkonzerten feiern überwiegend junge Männer und Frauen eine Heavy-Metal-Spielart namens Hate Rock. Der Name ist Programm. Die politisch motivierte Ich hasse, was das zionistisch beherrschte Regime meinem Land angetan hat. Bei jedem Treffen schüttelte er mir die Hand und sagte Mann David, du bist einer unserer großen Hoffnungen und ich wurde einer ihrer Medienleute. So konnte ich bei allen Kundgebungen und Partys dabei sein und fotografieren und sie ahnten nichts, dass diese Fotos im Gesichtserkennungsprogramm des FBI landen würden. David Glattie ist ein Verräter und alles, was er zu sagen hat, ist unglaubwürdig. Ich glaube, er hat sich in diese Organisation eingeschlichen, um sich zu bereichern, um mit einem Buch Geld zu machen. Wenn es stimmt, dass David Glattie von der Regierung bezahlt wurde, ist das eine Verschwendung von Steuergeldern. Vergeudete Zeit, einfach lachhaft. Manchmal geht es in einen anderen Bundesstaat. Dann sitzt man da mit sechs Schlägertypen im Auto und hört sich all die Hasstiraden an, dass junge Mädchen vergewaltigt wurden und wen sie umgebracht hatten. Vor allem trinken sie gern, prügeln sich, nehmen Drogen, ziehen durch ein paar Kneipen und schlagen dann einen Schwarzen zusammen, weil er mit einer Weißen unterwegs ist. Das nimmt einen ganz schön mit. Einige Sachen, die ich miterlebt habe, Morde, Vergewaltigungen und Raubüberfälle gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Als Insider konnte Glattie die verschiedenen Taktiken der Gruppe studieren. Zum Beispiel hielt das NSM rassistische Hetzreden gerne in gemischten Wohnvierteln, um so Gewalt zu provozieren. Toledo, Ohio, 15. Oktober 2005. Ein Aufmarsch von Neonazis im Norden der Stadt schlägt in Gewalt rum. Sie haben die Leute so angeheizt, dass sie ihr eigenes Viertel zerstört haben. Das ist eines der Ziele der Nazis. Sie wollen der Öffentlichkeit zeigen, nicht wir sind die Bösen. Schaut, wer seine eigenen Häuser ansteckt und Polizeiautos umkippt. Die sind's, nicht wir. Dank David Glattys Informationen konnte das FBI die Organisation gut im Auge behalten. Aber das NSM scheint davon ziemlich ungerührt. Seine Taktik wird immer aggressiver. Wir stehen an der Front. Wir reden nicht nur über die Probleme und veranstalten Konzerte. Wir gehen auf die Straße. Bei der NASA war er federführend an der Entwicklung der Pershing Rakete und an Saturn 5 beteiligt. Den USA war zum Kampf gegen den Kommunismus jedes Werkzeug und jedes erdenkliche Fachwissen recht. Eine neue Waffe musste her und dafür brauchten wir die Hilfe unserer ehemaligen Nazi Feinde. Wir holten sie in die Vereinigten Staaten um im Kalten Krieg gegen die Sowjets zu bestehen. In einem Geheimbuch der USA müsste im Kapitel über Nazis stehen, dass die US-Regierung sie mit offenen Armen empfangen hat und dass Washington zudem vertuscht hat, wie wir Nazis aufgenommen haben. die die geheime Einschleusung deutscher Wissenschaftler in die USA wurde Anfang der 80er von Sonderermittlern des Justizministeriums untersucht, auch von John Loftus. Er erklärte 1982 im US-Fernsehen, dass der Geheimdienst nicht nur Kriegsverbrecher ins Land geschleust hatte, sondern das Justizministerium sie auch vor einer strafrechtlichen Verfolgung beschützte. Mein offizieller Auftrag war es, Nazis zu finden, die sich in Amerika versteckt hatten. Aber es gab noch einen inoffiziellen Auftrag. Ich sollte herausfinden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Kriegsverbrecher gedeckt hatte. Laut Geheimdienstakten konnten hochrangige US-Beamte mit gelöschten Nazi-Strafregistern in Verbindung gebracht werden. Loftus zufolge führten die belastenden Unterlagen sogar bis zum früheren CIA-Chef Alan Dulles. Der Vize-Justizminister sagte, ich will nichts davon hören. Und ich wurde den Geheimdienstkreisen suspekt. Der Kongress forderte das Justizministerium auf, das Richtige zu tun, aber das Ministerium hinterging den Kongress und das amerikanische Volk. Die Nazi-Verschleierungsaktion ging weiter. Mir war klar, meine Behörde würde sich an keiner Nazi-Aufklärung beteiligen, wenn dabei amerikanische Politiker bloßgestellt würden. Darum habe ich das Justizministerium angewidert verlassen und als Informant, als Whistleblower vor dem Kongress ausgesagt. Hat Operation Paperclip tatsächlich den Boden für rechtsextreme Gruppen in den USA bereitet? Oder war das Feld nicht ohnehin schon bestellt? Aber wie und wann hat sich die Nazi-Ideologie in den USA etabliert? Und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Mordanschlag wie den in Wisconsin vorbereitet? 1931. Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten kommen an die Macht. Nur wenige ahnen, welcher Horror bevorsteht. Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor dem Bankrott. Hohe Arbeitslosigkeit und die galoppierende Inflation 1920er Jahre ließen viele Menschen verzweifeln. Hitler machte die Juden für das Elend der Deutschen verantwortlich. Aber die Welt verschloss vor seinen Hassreden Augen und Ohren. Der Nationalsozialismus, der Deutschland in den 20er Jahren erfasste, beschränkte sich nicht auf Europa. Auch in den so freiheitsliebenden Vereinigten Staaten waren Menschen von der Nazi-Ideologie fasziniert. Einer von ihnen war der Hollywood-Drehbuchautor und Esoteriker William Dudley Pelley. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm sich Pelley ein Beispiel. Er beschloss selbst eine Art Führer der amerikanischen Nationalsozialisten zu werden. Hitlers arisch orientierte Staatsphilosophie und sein fanatischer Antikommunismus beeindruckten Pelley. Er gründete die sogenannte Silver Legion und orientierte sich dabei an den braunhemden der Nazis. Pelley ließ seine Mitglieder in paramilitärischer Kleidung und bewaffnet auflaufen. Die Silver Shirts hatten rund 15.000 Mitglieder. Das ist nicht wenig. Die US-Regierung hatte Angst, dass diese 15.000 Mitglieder im Zweiten Weltkrieg als subversive Kraft wirken könnten, wie eine Art Fünfte Kolonne. Pelley wurde wegen Volksverhetzung angeklagt und verbüßte ab 1942 eine Haftstrafe. Aber Pelley war nicht der Einzige, der die Nazi-Bewegung in Amerika vorantreiben wollte. 1936 wurde der Amerika-Deutsche Bund ins Leben gerufen. Unter Leitung des in Deutschland geborenen Amerikaners Fritz Kuhn wollte der Bund die Interessen amerikanischer und deutscher Nazis in einer Ideologie vereinen. Stellen Sie sich dieses Bild vor. Im New Yorker Madison Square Garden versammelten sich im Februar 1939 20.000 Nationalsozialisten um Fritz Kuhn reden zu hören. Kuhn erhob sich und bedient